Hallo, guten Tag, mein Name ist Andrea Rottler. Wenn ihr wissen wollt, wie gutes Hören funktioniert, bleibt kurz dran. Ich bin selbst Hörgeräteakustikerin, aber inzwischen auch vielfache Oma und das sehr gerne. Ich weiß, dass gutes Hören glücklich macht. Heute geht es um den Hörtest. Der Ablauf ist ganz einfach und schnell. Über Kopfhörer hört ihr verschiedene Töne und in ein paar Minuten wisst ihr, ob eure Ohren noch in Ordnung sind. Jetzt habt ihr die Gewissheit, dass ihr alles mitbekommt, auch wenn zum Beispiel eure Enkelkinder ihre Geschichten erzählen oder das erste Mal Oma sagen. So unkompliziert ist ein Hörtest bei Rottler. Übrigens kostenlos. Wenn ihr nicht lange warten wollt, ruft einfach an oder bucht online einen Termin. Wir freuen uns auf euch. Habt eine schöne Zeit.